War es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Danke. 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 Vielen Dank.